Ich habe immer denselben Traum. Ich träume von drei Palmen. Die sind wie drei sehr große Freunde. Aber dann bin ich allein. Ich stehe am Meer. Träume sind nicht real. Heute wird alles anders sein. Denn irgendwie weiß diese Stimme in mir, dass ein Sturm aufzieht. Hallo? Jesse! Komm schnell her, Mann! Wer ist verantwortlich für beide dort? Nehmen Sie die Hände hoch! Wir regeln das jetzt. Was hast du gezahlt? Es obliegt dir, dass dieses Leid ein Ende hat. Du und Niki, ihr seid alles, was ich habe. Du hast Angst, draufzugehen, oder? Ich schätze, dann weißt du es noch nicht. Ich bin schon längst tot. Das Leben ist wie die Welt. Manchmal glauben wir das, dass die ganze Scheiße hier absolut sinnlos ist. Aber das stimmt einfach nicht. Die sind nichts. Aber das ist es nur für dieume empfiel. Aber das stimmt, wir machen. Vielen Dank.